50 Prozent ja irgendwelche die was haben wollen alle kommen hier Hurensöhne Huren vor allem jetzt wo ich gerade mit ihm sprechen wollte haut der ab ne oh nein ich kann damit nicht konkurrieren sieht aus als würde ich Verluste machen beim Verkaufen es muss so hart für dich sein deine loyalen kunden zu verlieren also ich hätte den hochkant rausgeschmissen wenn jemand für den anderen laden für den anderen laden der coupons verteilt ganz ehrlich raus den spa naja ihr wisst was ich meine so aber du kannst sie nicht blamieren juda corporation ist nun einfach mal eine bessere variante die bessere wahl irgendwann wird die ganze stadt das verstehen wein morse richtiger Hurensohn boah ey ich hau den auf den sack jetzt ist gast nicht mehr hier das ist so behindert und Haley ist natürlich nicht da am trainieren nein boah unglaublich irgendwie muss ich die neue jetzt mal kennenlernen verkackten gas wer ist das jetzt hier ist es Mero energy tonic also damit kann man diese exhorsten also wenn wir erledigt sind okay gut ja dem würde ich gerne mal sprechen aber nein lass mich durch ach oh halt nein das einfach so reingekommen harvey nun halte still und atme tief ein hat das jetzt gegelten na wahrscheinlich nicht wieder introductions 25 von 28 ok Elliot Alex Clint Pam Hayley gilt natürlich nicht George Abigail Robin Gas fehlt uns noch also der hier 1 2 2 warum steht denn da was von 25 von 28 naja was sollst mein problem ist es ja nicht ne so wir bringen das eben nach hause zum verkaufen und pflanzen die sachen einmal an black lion spielt csgo hat die spinne ist richtig krass richtig krass was ist das ja 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 und für mal apropos Würmer Kupfer was ist ein verlorenes buch gefunden das wollen wir natürlich wieder weg ich bringe gleich wieder rüber direkt wieder zurücklaufen den ganzen weg das bringen wir dann mal direkt hin ich frage mich wo Haley dann ist im salon war ich in den Läden war ich wo ist sie denn dann bitte hin vielleicht am strand angeln nähne das ist ein bisschen blöd irgendwann will ich die auch noch antreffen eines tages glaubt mir kann ja nicht sein dass diese mission hier von anfang an immer noch nicht fertig ist so bringen wir das buch da eben schnell hin ja ja das ist ein buch bei mani tiere sind wirklich sensitiv man muss sich jeden tag um die kümmern und so weiter und so fort kommen uns später mal durchlesen da habe ich jetzt echt keinen nerv für jetzt machen die wieder freiland unterricht der olle vincent der wird's nie lernen nichts wieder hätten sie mir nichts weggeworfen da laufen sie jetzt alle lang hallo lea hallo nachbar schön 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 ich könnte ja einfach hier so ein earth stone nee quatsch earth crystal ein erdkristall naja ich verkauf den erstmal lieber wir brauchen Geld wie gesagt 2000 glaube ich war das ne für ein rucksack ja 2000 ja 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 dann kommen hier das christel stones dort kohle bleibt bei uns so das hat man jetzt gemacht aber jetzt kommt es ja wir haben neun bekommen das heißt clay ist ne resource also nicht wertlos so das ganze jetzt nur noch einmal gießen so das sieht doch schon schön aus schön schön so wir haben clay den tue ich natürlich auch den tue ich natürlich gleich jetzt mal weg hier clay so eine katze sitzt da rum so muss ich jetzt mal ganz kurz gucken wir müssen zu dem carpenter shop von robin so gut das ist bei demitius und sind da oben wenn du eine mine gehen willst es wird eh dunkel pass mal auf ich geh erstmal pennen ich geh erstmal pennen so ja gute nacht so mal gucken was haben wir dafür gekriegt mining 50 gibt es dafür ne super ah gut was soll es 56 insgesamt ich hätte gedacht wir kriegen da bisschen mehr aber gut jedes bisschen Geld ne so bürderweise wird der cauliflower jetzt unpassend fertig aber gut was soll's ich gieße mal schnell hier dass wir das geschafft haben so ihr seht das dauert jetzt einfach moment kostet auch ein kleines bisschen energie warum auch immer mit die schwere gießkannabelle tragen können so gegossen ist und wir brauchen ein besseres schwert eines tages gut dann gehen wir mal rüber 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 et und ich muss einen schluck trinken das geht irgendwann auf den hals richtig nur als viel beschäftigter mann fehlt mir die zeit jeden tag irgendwie extra aufzunehmen ich muss das in takes machen das ist doof ich weiß das ist doof so wie ist es hier eigentlich nee das konnte ich nicht mitnehmen gut dann muss ja hier irgendwo der ich bin schon dran vorbei oder nähe hier kam es zwischen 9 oh gott das ist doof doof ist das so jammer richtig ist mehr richtig eigentlich auch ein instrument schreibt das meine kommentare es wird mich mal interessieren ich wüsste das gerne mal so der linus hallo na ich kenne dir gut genug um mir zu vertrauen tut mir leid unglaublich das ist schönes geschenk danke dir ja hahaha hätte ich auch essen können aber was soll's jetzt kennt er mich nämlich schon besser jetzt haben wir schon ein paar sympathiepunkte hat das überhaupt insgesamt was gebracht mal gucken ne natürlich nicht kein einziges herz richtiger Hurensohn ich meine schon ganz schön blöd also so neun uhr jetzt muss aber offen sein perfekt ja hallo was kann ich für dich tun shop upgrade house construct farm buildings leave shop was gibt es denn hier so what kannst du kaufen stone kannst du kaufen basic window small window ein birkenstuhl eine birt eine 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 birken ähm 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 äh truhe wollte ich schon sagen eine birkenbank ist das ein 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 birkenregal für für klamotten ein birkentisch birkentieetisch ein birkenendschrank oder tisch in dem fall ein mahagonitieetisch ein ein eichentisch ein kalender der ist natürlich super teuer wieder ein budget tv haben wir den nicht ein wooden brazier recipe also zum zum rezepte für hölzerne wahrscheinlich möbelstücke einen holzlampen holzlampen oder brazier könnte auch hocker sein eisenlampe holzboden steinboden steppings don't pass the recipe straw und eine art strohboden kristallweg rezept also da können wir so ein kristallweg machen ist ja richtig cool teilweise so upgrade haus ich kann ein haus vergrößern und eine küche zufügen für 10.000 gold alter und ich brauche also ich brauche extra 450 stück holz bist du interessiert nein 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 so viel geld so viel geld so wir gehen weiter minen so hier hoch wenn zum abkürzung geben würde das wäre schön also von vorne ach warte mal bevor ich irgendwas mache ich weiß das war jetzt blöd ach so wir können mit ebenen überspringen ja ich hab mir irgendwie gedacht weil ich den gesehen habe dachte mir so herr irgendwas muss das hier bedeuten tatsächlich das ja cool jetzt fangen wir immer an der ebene an hier findet man bestimmt schon besseres zeugs und allgemein besseres zeugs so warte mal crafting sap brauchen wir wir brauchen sap ist jetzt in ernst wir brauchen also sap dann ist das ebenso aber es ist schlimm dass wir einfach schon wieder voll sind einfach instant irgendwie muss es doch eine möglichkeit geben sap jetzt mal hier besser zu kriegen ich laufe jetzt mal durch ist es sehr dunkel hier ich weiß ihr werdet vielleicht nicht alles perfekt sehen wenn ja tut es mir leid so viele steine ich habe auch einfach gar nichts zu essen mitgenommen das war wieder richtig schlau von mir auch mit der spitzhocke kannst du auch angreifen gut hier sind wieder nur steine wieso jetzt sind wir nämlich gleich einfach okay das können wir nicht essen schade das wäre immer richtig lustig gewesen so eigentlich wollte ich ja so hier kommen weg den quatsch kupfer geht jetzt vor kostet auch wieder ein bisschen energie wie ihr seht aber kupfer 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 ist kupfer also merken ebene 6 richtig gut wir hätten wir auch wieder einen erdstein den wir nicht mitnehmen können weil unser inventar voll ist ne komm ganz ehrlich das eine holz hier wirf es weg und gut ist erdkristall bringt uns eh nicht viel aber geld ist geld verkaufen nämlich einfach instant ich versuche gerade noch irgendwie hier lang zu kommen schon wieder gewinnen wenn du Bis zum nächsten Mal.